Ein Ford Galaxy ist hier zum Verkauf angeboten. Sieben Personen haben in diesem großen silbernen 5 Thüringen-Binnplatz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 176.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2003. Der Wendel besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Finsufix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Anhängerkupplung, Sitzheizung, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 116 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.